Alle Letzte, ich wusste du. Bei diesem wird es auch gar nicht mehr eingefallen. Erlangen Hockey Arena. Helsingen. Flensburg. Frischauf. Balingen. Friesenheim. Leipzig. Minden. Bergischer. Druck, 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 Druck. Gibt es noch? Das habe ich. Erlangen. Lemgo. Wetzlar. Gibt es noch? Mösungen. Leipzig. Eulen. Balingen. Minden. Bergischer. Vier. Oh Scheiße. Halt. 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 Rom. Rom. Hamburg. Barcelona. Europa. Europa. Wien. Halt. 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 Drei. Vier. Elf. Vierundvierzig. Vierzehn. Sechsenneunzig. Dreiundsiebzig. Dreiundzwanzig. Der Idiot hat siebenundsiebzig. Dreiundzwanzig. Dreiundzwanzig. Vierundzwanzig. Vierundzwanzig. Dreiundzwanzig. SVG-Vier. TvB-Porsche-Arena. Wötzner Rettal-Arena. Frisch auf Göppingen-EWS-Arena. Kiel-Sparkasten-Arena. Eulen-Ludwigshafen-Arena. Wie heißt es nun mal? Das Eulennester. Ah fuck, da habe ich jetzt noch reingeritten. Halt ihn gerade noch auf der Zunge. Ne, scheiße. Wer ist nun mal? Ebert. Ich zeige die ganze Zeit die scheiß Erlanger. Erlangen-Hockey-Arena. Jürgen Schweiker, THW-Kiel. Ich kann mal die Offensichtlichen wegnehmen. Okay. Philippi, THW-Kiel. Michael Haas, HC Erlangen. Florian Kermann, TBV Lemgo. Benjamin Matschke, Friesenheim. Mike Mahula, Flensburg-Handewitt. Also gut, Kai Wandschneider, HSG Wetzlar. Nicht schlecht. Gudmund oder Gudmundsson am TML-Sungen. Jürgen. Ja, ja. Bennett Wiegert. Magdeburg. Gabriel Hinze. Belgischer HC. Wie heißt Gabriel mit Vorname? Heißt du so? Ne? Aber Hinze. Das müsst ihr mir geben. Das müsst ihr mir geben. Wie heißt du aber? Der Gabriel. Wer ist denn Neue bei den Füchsen? Der von Essen kam? Dammit. Damit kann ich ja nicht. Guck mal allein. Rudi, ich kriege dir doch nicht. SIE! Wie heißt der?